Noël von Grünigen und Tanguy Nè führten am Sonntag zum ersten Mal im Weltcup an der Stärke beim Slalom hier in Lévi. Noël geht aber jetzt einen Kindheitstraum für die in Erfüllung? Ja, ich denke, das ist schon der Traum, den man als Skirenfahrer hat. Endlich an einem Weltcup-Rennen starten. Das hier in Lévi feiern, das Debut, bedeutet mir eigentlich schon viel. Tanguy, für dich ist auch der erste Start in der Weltcup-Rennen? Du bist schon ein bisschen nervös? Nein, ich glaube nicht. Wir sind hier in Lévi gekommen. Wir sind hier in Lévi gekommen. Wir sehen die anderen Teams. Wir sehen die Medien, machen zwei, drei Interviews. Das ist wirklich eine Realität. Ich denke, das wird auch noch weiter erhöhen. Und dann in der Frühstück, im Frühstück. Ich denke, ich denke, auf die Erfüllung. Wir werden wirklich auf diese Ebene gehen. Ich denke, wir werden auf die Erfüllung gehen. Wir werden auf die Erfüllung gehen. Ich denke, ich denke, ich werde ein bisschen mehr fühlen. Ich denke, ich werde ein bisschen mehr fühlen. Ich denke, ich werde einen kleinen Weg machen. Ich werde mich aus dem ersten Mal aus. Ich habe keine Probleme, dass ich die Erfüllung der Erfüllung. Und ich werde mich öffnen. Was ist dein Ziel für Dimanche? Ich denke, dass du Spaß haben. Ich denke, das ist wichtig. Ich denke, es ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass es als Athletiker, dass es die erste Mal ist, dass wir uns sagen, dass es möglich ist. Wir versuchen, es zu überlegen, dass wir die Erfüllung der Erfüllung des 30er und die Erfüllung der Weltkampen machen. Für mich ist das nicht wirklich das Ziel, dass es auch ein Ziel ist. Ich will nicht sagen, dass es eine Perfomance wie das. Aber ich denke, es ist einfach zu gehen, zu erreichen, zu machen, zu schießen, die man zu haben, und auch den Sourire am Ende zu haben und den Moment anzunehmen. Und auch eine Team mit Noël, die auch die erste Mal die Coupe du Monde macht. Das ist eine fantastische Erfahrung und ich will wirklich anzunehmen. Und ich will das auch für andere und für die Saison. Noël, was verfolgst du für ein Ziel für den Sonntag? Ja, der Tung hat es nicht so schlecht gesagt. Für mich ist es das Gleiche. Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln. Es geht darum, als Start zu gehen und sich auf das erste Mal zu freuen. Und ich glaube, ich will einfach dort nachgefahren und mir das Beste geben. Und dann am Ziel kommen und schauen und sagen, das war das Maximum gewesen. Wie es dann rauskommt, schauen wir dann nach dem ersten Lauf. Aber auf jeden Fall gebe ich Vollgas. Viel Glück euch zu einem. Danke vielmals.